Hallo und herzlich willkommen und Freunde in der gepflegten Bierunterhaltung zu einer neuen Bierverkostung. Heute haben wir hier von HC Bosch. Heißt wahrscheinlich ganz einfach HC Bosch, aber HC Bosch finde ich einfach irgendwie cooler. Wir haben ja das Propellerbier Nachtflug. Ich vermute aber ganz stark ja, denn Nachtflug ist ein Imperial Stout. Wie wir wissen, bin ich ja da ein riesiger Fan davon. Naja, egal. Es ist auf jeden Fall ein eher dunkles Bier, wieder ein Bier aus der Kollektion Bayern, sage ich jetzt mal, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, also kein Craft-Bier. Ein sehr, sehr cooles Design, wie ich finde. Also ich denke mal, dass das passt schon so wie es hier ist. Es steht hier irgendwas von Slow Brewing. Da haben sie anscheinend irgendwas gewonnen. Fragt mich nicht, was Slow Brewing ist. Davon habe ich jetzt noch nichts gehört, aber ich schätze einfach mal, das wird so wie Cold Brew beim Kaffee sein. Also etwas ruhigere Art der Zubereitung. Keine Ahnung, weniger Hektik, weniger Industrialisierung, sowas in der Richtung. Und wie üblich bei deutschen Bären ist hier hinten natürlich wieder angegeben, wie genau das Bier denn schmeckt. Es hat eine starke Malznote, es ist relativ bitter und hat ein einigermaßen ausgeprägtes Hopfenaroma, hat 9,1 Prozent Alkohol, ist also definitiv auch schon in der oberen Liga mit dabei und schmeckt nach Kaffee-Lakritz und Waldbeere. Das klingt ja doch schon mal nicht ganz schlecht. Und ich würde mal sagen, dann kümmern wir uns eben darum, dass das Propellerbier möglichst schnell einen Abflug macht. Der war aufgelegt. Und falls ihr euch fragt, was zur Hölle ist das Ding hier? Das ist der Dagger Balm. Kein Witz, das Ding heißt wirklich so. Hallo an den guten Lukas, danke für das Geschenk. Wer Lukas nicht kennt, der schaut sich am besten das Brutweiser-Video an. Auf jeden Fall sehr praktisch, dann weiß ich immer schon, was ich mit meinen Kronkorken denn so mache. Oh ja, das funktioniert sehr gut. Okay, dann würde ich mal sagen, wir widmen uns wieder dem Bier. Das ist ja quasi der Star. Hier, riechen wir mal kurz rein. Riecht auf jeden Fall nach dunkler Schokolade, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich würde mal sagen, wir kümmern uns darum, dass das Ding möglichst schnell in unsere Magenwände fließt. Es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr dunkles Bier. So stellt man sich den Nachtflug auch vor. Ja, man sieht nichts. Dann würde ich mal sagen, wir widmen uns dem, was wir am besten können. Wir trinken. Prost! Also der Abgang ist definitiv Kaffeenoten. Im ersten Moment schmeckt es recht metallisch, recht ein bisschen, das ist jetzt wahrscheinlich dem Bier gegenüber unfair, aber es schmeckt ein bisschen abgestanden im ersten Moment. Es hat eine gewisse Süße, recht herbe Note im Abgang. Die ist noch nicht unangenehm. Also man merkt in erster Linie die Kaffeenoten, eben wie gesagt, im Abgang. Im ersten Moment wirkt es süßlich. Es hat lustigerweise was von, ja, von Waldbeeren tatsächlich. Es hat so was, was Süßes und was Fruchtiges. Eben diese, 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 diese Kaffeenote im Abgang, diese, diese Röstaromen, sage ich jetzt mal. Das ist quasi ein Mix, da ist für jeden was dabei. Oder halte ich eben nicht, das ist eben immer die Frage der persönlichen Vorlieben. Man hat eine leichte Süße, man hat aber auch einen recht herben Abgang. Man hat auch im Abgang eher diese Röstaromen. Man hat aber trotzdem am Anfang, also am Anfang des Schlucks, eine gewisse Fruchtigkeit. Und irgendwie, gerade der Nachgeschmack ist eigentlich recht angenehm. Also diese Kombination aus Kaffee und Waldbeeren, irgendwie passt das nicht so schlecht. Also wie jedes Imperial Stout, wird auch das Bier immer, immer herber, so im Abgang. Erstens je mehr man davon trinkt und vor allem auch je wärmer, dass es wird. Also je mehr es gerade an Temperatur gewinnt, desto herber wird's, desto mehr kommt auch dieser leicht metallische Geschmack hervor. Das ist leicht, wie gesagt, abgestandene, wo ich nicht ganz so ein Fan bin. Die Röstnoten sind natürlich immer noch da. Das leicht Süßliche ist auch noch immer da. Es hat auch was von, von dunklen Karamell, sage ich jetzt mal. Also so Karamell, dass du wirklich stark gebräunt hast. Es ist jetzt per se ein Bier, dass ich definitiv sagen kann, hey, das kann man mal probieren. Also die Abstimmung der verschiedenen Geschmacksnuancen, das passt irgendwie schon. Wie gesagt, das hat halt dieses leicht metallisch abgestandene, wo ich einfach nicht wirklich warm werde damit. Aber auf der anderen Seite, die Geschmäcker an sich sind recht angenehm. Wie gesagt, Kaffee oder generell Rösterrauben sind ja nie schlecht. Was Herbes, verbunden mit etwas leicht Fruchtigem, was sich dann ausbalanciert. Also die Röstnoten haben definitiv die Überhand. Das leicht Süßliche, vom Anfang tritt jetzt mit steigender Temperatur leicht in den Hintergrund. Oder man gewöhnt sich einfach auch dran. Irgendwie glaube ich sogar, dass ich mag das Bier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ein Imperial Stout, damit könnte ich mich sogar mal anfreunden. Bin ja meistens nicht so der Typ dafür, aber irgendwie hat es was, was mir doch schmeckt. Es hat ein bisschen einen zu hohen Alkoholgehalt für meinen Geschmack. Also es kommt halt teilweise einfach so diese Starkbiernote zu sehr raus. Übertrifft dann wieder so ein bisschen auch die anderen Geschmäcker. Aber ist definitiv von den Imperial Stouts, die wir hier hatten, wahrscheinlich das bisher beste. Also wir hatten definitiv schon schlechtere Biere. Wir hatten auch bessere Biere. Aber wenn ihr mal einen Imperial Stout probieren wollt, finde ich, macht sich das ganz gut. Also wenn es das Bier auch in, sag mal mit 6,5 Prozent oder so gäbe, dann wäre es mir persönlich etwas lieber. Aber ist vollkommen okay. Ist vollkommen trinkbar. Kann man auch mal mitnehmen, wenn man mal auf Shopping ist. Und wie gesagt, ich finde das Logo einfach auch recht ansprechend. Naja, und mit diesen erheiterten Worten bis zum nächsten Video. Tschüss, Ajudaci und Gurt. Bye.